Viele von uns kennen das Gefühl, dass wir aus Angst vor Verletzungen anfangen, uns einen Schutz aufzubauen. Das ist ja auch eine ganz natürliche Haltung und auch sehr nachvollziehbar, denn wer von uns möchte sich schon gerne verletzen lassen? Und wenn sich dann dauerhaft in deiner Beziehung nichts verändert, du für dich und ihr gemeinsam als Paar nicht feststellt, okay, was muss hier eigentlich passieren, damit dieser Schutz nicht notwendig ist, dann wirst du vielleicht eines Tages aufwachen und feststellen, dass aus diesem Schutz, den du immer weiter aufbaust, irgendwann eine richtig fette Schutzmauer geworden ist. Und vielleicht fragst du dich dann auch, liebe ich meinen Partner oder meine Partnerin überhaupt noch? Und es ist ein Thema, was ich in der 1 zu 1 Begleitung ganz oft mit den Paaren erlebe und es wird in letzter Zeit sogar mehr. Und zusätzlich hat mich auch eine E-Mail von M erreicht, der genau zu dieser Frage eine Antwort sich wünscht und gesagt hat, wie kann ich diese Schutzmauer auflösen? Was kann ich da eigentlich tun? Und genau darauf werde ich in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen eingehen, damit ihr euch auch wirklich wieder im Herzen berührt. Und in dieser Folge wird es auch unter anderem darum gehen, warum Selbstliebe ein wichtiger Bestandteil, letztendlich ein wichtiger Schlüssel dafür ist, um aus diesem ausbrechen zu können. Bevor ich in das Thema weiter eintauche, lass mich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wenn du erst gar nicht da landen willst oder frühzeitig schon, wenn du merkst, du hast diesen Schutz dagegen oder damit du nicht da kommst, dafür etwas tun möchtest, habe ich eine Guidance für dich. Wie kannst du Veränderungen proaktiv angehen? Und ich habe vor langer Zeit mal eine Checkliste erstellt, die sich sehr bewährt hat und die ein ganz wunderbarer Einstieg ist. Das kriege ich auch immer als Feedback von meinen Kunden, wo es darum geht, nochmal über fünf mal fünf Fragen, Aussagen letztendlich zu deiner Beziehung aus fünf verschiedenen Bereichen, die wichtig sind in der Beziehung, herauszufinden, okay, was ist euer Status Quo? Das ist ein erster Schritt, immer wichtig, finde ich, um dann halt weiterbestimmen zu können. Und das ist das, was die Checkliste mit den folgenden Mails euch dann auch liefert. Ja, wie kommt ihr dann wirklich in echte Veränderungen? Also das ist dann eure Guidance, eure Leitlinie, die euch dabei hilft, wirklich in Veränderungen zu kommen, wenn ihr beide das angehen wollt. olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse. Dort kannst du dir dein Exemplar kostenlos herunterladen. Mein Name ist übrigens Olaf Schwantes. Ich bin dein Love-Coach und ich begleite Paare dabei, wenn sie wieder für frischen Wind in ihrer langjährigen Beziehung sorgen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du als Einzelperson an der Frage für dich auch stehst, ja, bin ich eigentlich an dem Punkt bleiben oder gehen? Und wie sieht es mit meiner Selbstliebe aus? Also wenn du an diesen Themen arbeiten willst, Selbstliebe, Selbstzweifel, Selbstwert, Stärkung, dann bin ich gerne für dich da. Wie ist es denn nun mit der Schutzmauer vom Herzen und wie kann denn wirklich Selbstliebe dabei helfen? Und ich möchte dazu mal erstmal von dem M, der eine E-Mail geschrieben hat, die Situation kurz schildern und seine Frage dazu auch. Ich lese dir das mal vor und ich habe seine E-Mail zusammengefasst und als er mir die E-Mail schrieb, hatte er sich frisch von seiner Freundin getrennt und er hatte sich in der Beziehung oder er hatte in der Beziehung immer das Gefühl, dass er um sein Herz eine große Mauer errichtet hatte, die ihn davon abhielt, wirklich Gefühle aufzubauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite damit seine Partnerin halt auch wirklich zu lieben. Und es gab für ihn Tage, da war die Mauer gefühlt weg und am nächsten Tag war sie auf einmal wieder komplett da. Also er war immer in diesem Zwiespalt und es war immer in diesem Extrem. Nicht da, da. Und seine Frage war nun an mich, okay Olaf, wie kann ich denn diese Mauer wegbekommen? Und das möchte ich mal als Anlass nehmen für dieses heutige Video, mit dir gemeinsam da so ein Stück weit durchzugehen, aber ich möchte damit nicht nur die Frage von M beantwortet haben, sondern, wie gesagt, ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dir auch ganz konkret damit Dinge an die Hand geben, wenn du in dieser Situation steckst, wie kannst du da herauskommen? Und das Erste ist natürlich, dass wir uns vielleicht nochmal fragen, bevor wir tiefer einsteigen, okay, was kannst du tun? Ja, wovor schützen wir uns eigentlich und warum baue ich so einen Schutz auf? Und da sind natürlich vielerlei Dinge. Ich habe ja das Video begonnen oder die Podcast-Folge auch damit begonnen, dass ich gesagt habe, naja, wir schützen uns vor der Verletzung. Also ich habe Angst davor, verletzt zu werden. Und da kommt natürlich vielerlei alte Erfahrungen mit rein. Also Prägungen, die ich entweder aus dem Elternhaus mitbringe oder die ich vielleicht auch in vorherigen Beziehungen gemacht habe, wo ich letztendlich merke, boah, ich bin da so dermaßen verletzt worden und ich bin vielleicht verlassen worden und ich möchte dieses nie wieder erleben. Und dann baue ich mir so einen Schutz auf. Und wenn ich dann Situationen in der aktuellen Beziehung erlebe, die sich gefühlt so anfühlen oder wiederholen, wie in einer vorherigen Beziehung, dann ist das wie Öl ins Feuer, dass dieser Schutz sich weiter aufbaut. Also das heißt, es ist ein Stück weit davor Angst, mich weiter wieder oder neu wieder verletzen zu lassen, damit auch nicht was Altes wieder aufbricht. Das ist so das eine. Und das Paradoxum ist, was wir dabei gar nicht im Blick haben, ich gehe da gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein, ist so, wir suchen ja nach der Sicherheit. Da habe ich ja vor kurzem auch ein Video dazu gemacht. Und wir schützen uns da manchmal durch diese Suche nach der Sicherheit und vermeiden dadurch, dass wir wirklich offen sind für die Liebe. Wenn ich dir das jetzt so bewusst sage, sagst du, Olaf, sag mal, bist du bescheuert? Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage. Und denkst, sag mal, ist denn noch alles okay bei dir? Es ist etwas, was unbewusst häufig läuft. Und deswegen mache ich ja auch diese Inhalte, um da auch dir eine Unterstützung zu geben, dass das, was unbewusst dich steuert, du aufbrechen kannst. Und dass das dann nicht mehr als etwas läuft, wo du dich ohnmächtig fühlst, sondern was du angehen kannst. Also das mal als Beispiele, wofür schützen wir uns eigentlich? Und was kommt da vielleicht auch mit rein? Ohne es genau zu wissen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ich habe da jetzt ja schon ein paar Mal davon gesprochen, ja, was läuft denn bei den 3Ks da so ab? Die 3Ks ist ja Kopf für Mindset, Körper für die ganzen emotionalen Dinge und die Kommunikation. Also fangen wir doch mal damit an im Kopf. Welche Geschichten erzählst du dir eigentlich selbst? Vielleicht aus der Erfahrung heraus, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Meint mich der andere wirklich? Oder ich muss mich so und so verhalten, damit ich geliebt werde, um nur mal ein paar Beispiele zu bringen. Also das sind Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Dann gibt es natürlich auch Geschichten, die uns von anderen angetragen wurden, wo wir das dann vielleicht übernommen haben. Also es ist ein riesen, riesen Themenfeld, was da ist. Also frag dich ernsthaft mal und schreib dir das am besten auch auf. Welche Geschichten erzählst du dir eigentlich selbst, wenn du mal so dich selbst versuchst zu reflektieren in deiner Liebesbeziehung? Das ist das erste K. Das zweite K, der Körper, die Emotionen. Welche Emotionen hast du letztendlich in den Situationen? Was löst das in dir aus? Was gibt es vielleicht, wo du reagierst auf Aussagen oder Verhaltensweisen deiner Partnerin oder deines Partners? Wo du so das Gefühl hast, da ploppt was vielleicht auch Altes aus der Prägung hoch, wo du merkst, okay, da schütze ich mich jetzt vor einer Verletzung. Und wie vor allem fühlt sich das auch in deinem Körper an? Also was ist das für ein Gefühl, was dann in deinem Körper ist? Also wir können das sehr stark und es ist mir immer wichtiger, auch den Körper damit einzubeziehen in die gesamte Arbeit, weil sonst fehlt ein wichtiger Aspekt, zu sagen, letztendlich, wie fühlt sich das in deinem Körper an und was verändert sich? Und häufig, wenn wir sowas haben, wir haben Angst vor Verletzung, wir schützen uns, dann ist das ja vom Körperlichen, dass wir uns so wie einrollen, so wie du, wenn du morgens vielleicht aufwachst und sagst, oh, ich will nicht aufstehen, ich mümmel mich nochmal so richtig schön in meine Bettdecke ein. So kannst du dir das vorstellen, so eine ähnliche Körperhaltung haben wir ganz häufig, wenn wir uns schützen wollen. Du kennst das, wenn du mal sowas erlebt hast und du hast eine brenzlige Situation irgendwo erlebt, auf der Straße oder so und du schützt, was passiert mit deinem Körper? Und manche erstarren auch. Also das kann auch eine körperliche Reaktion sein. Also auch da wäre es wichtig, im Sinne dessen, was kannst du dann überhaupt tun im nächsten Schritt, wo ich ja gleich noch dazu komme, auch erstmal wieder in eine Selbstbeobachtung zu kommen und zu sagen, okay, guck mal, was passiert denn da? Welche Emotionen ploppen da hoch und was passiert in deinem Körper? Und dann im dritten, wie kommunizierst du eigentlich selbst? Also wenn du so spürst, ich komme an so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, ich trete einen Schritt zurück, weil ich mich schützen muss, dann halt auch zu gucken, okay, was erzählst du, was sagst du, wie kommunizierst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Und ich komme ja gleich dazu, was die Auswege sind, aber auch da erstmal wirklich im ersten Schritt beobachte dich mal selbst und schreibe es dir im Zweifel auf, das hilft. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich mit dir auch nochmal kurz einen Schwenk machen möchte, welche Rolle denn Sicherheit bei dem Ganzen spielt. Ich habe da ja vor kurzem einen Inhalt, ein Video zu produziert, zu dem ganzen Thema Sicherheit und ich erlebe oft Paare, die zu mir kommen, ich komme nochmal darauf zurück, dann zum Beginn, wo einer von beiden vielleicht sagt, ich weiß nicht mehr, ob ich dich noch liebe. Ich habe mich schon so sehr eingekestelt mit dieser Schutzmauer und ich habe mich in so einem Raum eingeschlossen mit meinen Schutzmauern, habe das um mich herum aufgebaut, sodass ich keinen Zugang mehr zu diesem Gefühl habe. Und da kommt das ganze Thema der Sicherheit natürlich ins Spiel und da ist für mich dann immer die Frage, weil mich die Paare dann immer angucken, und wenn ich danach frage, ja, wie können wir jetzt hier für Sicherheit in diesem Prozess sorgen, dass sie dann schon zu weit denken, weil der eine Teil häufig sagt, ich liebe doch den anderen und für mich ist es klar, der andere sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn oder sie noch liebe und dann hängen die in diesem Spannungsfeld. Und da finde ich es ganz wichtig zu sagen, denk nicht so weit, also in dem Teil die Person, die sagt, ich liebe dich und das ist ganz klar, nicht schon erwartet, dass der andere wieder sagt, ich liebe dich und das auch spürt, sondern dass man dann kleinteiliger wird und sagt, okay, wie können wir in dieser Unsicherheit, die wir haben, weil es gibt ja einen Grund, warum du diese Schutzmauern aufgezogen hast, wie können wir in dieser Unsicherheit für Sicherheit sorgen? Klingt erstmal völlig paradox, aber da geht es um ganz kleine Schritte zu gucken, okay, können wir offen miteinander sprechen? Da will ich gleich genauer nochmal darauf eingehen, also ich werde gleich noch Beispiele nennen. und das finde ich erstmal wichtig, also deswegen spielt Sicherheit hier auch einen ganz wichtigen Aspekt und Sicherheit auch nochmal ein zweiter Aspekt, den ich häufig erlebe bei der Person, die sagt, ich weiß nicht, ob das Gefühl noch da ist, dann lässt diese Person häufig zum Beispiel das ganze Thema Nähe nicht mehr zu, weil die Person sagt, ja, ich kann doch den anderen nicht was vormachen, ich muss doch erst wieder diese Liebe spüren, bevor ich mich für Nähe öffne. Und wir wissen nie, was muss zuerst passieren, damit eine Veränderung passieren kann. Und, na klar, es kann auch sein, dass die Liebe weg ist, aber das ist ja nicht Thema des heutigen Videos, aber so dieses, warum sind diese Schutzmauern da und was spielt Sicherheit da für eine Rolle? Und da ist es halt auch wichtig, auch im Sinne der Sicherheit, in der Unsicherheit zu sagen, okay, ich öffne mich für die Nähe und es wissen dann ja beide, wir wissen, dass das ein unsicheres Terrain ist und wir öffnen uns für die Nähe. Das kann ein Spagat sein, das kann ein Dreizeilakt sein und deswegen ist es da auch manchmal gut, sich Unterstützung zu holen und zu suchen. Aber ich gebe dir ja auch genug Impulse hier heute in diesem Video. Was noch dazu kommt, was ich ja auch nochmal mit aufgreifen möchte, ist so das Thema der Selbstzweifel. Also, dass die natürlich dann irgendwann auch mal ins Spiel kommen, dass man an der Liebe anfängt zu zweifeln, dass man an seinen eigenen Gefühlen zweifelt, dass man sich das entsprechend als Frage auch stellt. Ich habe es ja eben schon gesagt und auch dazu verlinke ich dir nochmal in den Shownotes dann entsprechend ein Video, was ich vor längerer Zeit schon mal dazu gemacht habe, was Selbstzweifel letztendlich mit Selbstliebe auch da zu tun haben und wie auch da Selbstliebe ein Schlüssel sein kann. Da greife ich das nochmal näher auf. Deswegen nochmal so ein kurzer Hinweis auf das Thema Selbstzweifel. Das passt übrigens dann auch wieder zu dem Thema, was ich eben gerade gesagt habe. Naja, welche Geschichten erzählst du dir eigentlich selbst? Und was sprichst du dann nachher aus? Was kommunizierst du? Also, wenn du zum Beispiel in dem Selbstzweifel drin bist, um nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, kann es halt sein, dass du sagst, du, ich fülle hier null. Und dann ist die Frage, ist das gut und ist das schlaue, das so offen direkt auch dem Partner zu sagen? Das muss man dann auch immer verhandeln. oder macht es dann Sinn, eine andere Person zu finden? Und es muss nicht immer eine externe, dritte, bezahlte Person wie ich jetzt zum Beispiel sein. Das kann auch jemand aus dem Umfeld sein, der Person, der du vertraust, wo du sagst, ich spreche das gegenüber jemand anderem aus. Weil Mann, Frau weiß es sowieso. Und dann muss ich da nicht nochmal das dauernd ansprechen. Also, das kann Sicherheit in der Unsicherheit bedeuten, um das auch ganz klar gemacht zu haben. Warum ist für mich jetzt Selbstliebe ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Schlüssel, um aus diesem ganzen Thema Mauern abbauen, auch wieder einen Weg zu finden oder die Mauer aufgebaut, wieder abbauen zu können? Es fängt erstmal damit an, dass ich akzeptiere, dass es so ist. Und da erlebe ich es bei den Personen, die sagen, ich weiß nicht mehr, ob Liebe da ist, dass man häufig gegen sich selbst arbeitet, dass man sich Schuldvorwürfe macht, dass man sich vorwirft und sagt, ich tue dem anderen weh, dass man nach Möglichkeiten sucht, wie kann ich den anderen noch weniger verletzen? Und das solltest du immer wissen, du kannst nicht weniger verletzen, weil es ist eh auf dem Trapez. Es ist eh angesprochen, das Thema. Es ist so. Und da sage ich immer, hey, sich auf den Prozess einzulassen, sich damit auseinanderzusetzen, um in die Klarheit zu kommen, um eine Antwort für sich zu finden, das ist das, was man tun kann. Und da ist Selbstliebe für mich insofern wichtig, dass man erstmal sich selbst akzeptiert, so wie man ist und nicht ablehnt. Das ist ganz wichtig. Das zweite aus dem Aspekt der Selbstliebe heraus ist, ja, wo kann ich mir selbst eigentlich erstmal Liebe schenken und was heißt das eigentlich überhaupt für mich? weil ich ja häufig vielleicht auch in eine Beziehung gehe und gar nicht weiß, liebe ich mich eigentlich selbst und ich werde da in nächster Zeit noch mehr Inhalte zu produzieren zu diesem Thema Selbstliebe, weil mir das auch ein wichtiger Aspekt ist, ist zu sagen auch, ja, wie kannst du dafür Sorge tragen, dass du dich selbst erstmal überhaupt liebst, akzeptierst und so mit dir einverstanden bist, wie du bist, in diese wirkliche Selbstakzeptanz und Selbstliebe kommst und dann halt auch wirklich deinem Partner, deiner Partnerin damit auf Augenhöhe begegnen zu können. Und wenn du dich aber selbst verurteilst, dann nimmst du dich so runter und stellst dich auf so eine Stufe und lässt dein Partner, deine Partnerin hier, dass ihr überhaupt nicht auf Augenhöhe sein könnt in dem Moment. Und deswegen ist für mich Selbstliebe, gerade in so einem Prozess, extrem wichtig. Ich hatte dir ja versprochen, dass ich auch noch weitere Punkte bringe, neben der Selbstliebe, das, was du noch tun kannst. Also das eine Wichtige, und das passt auch nochmal zu dem Thema Selbstliebe, ist, dass du das als Prozess verstehst. Es hat doch eine Zeit gedauert, bis du an diesem Punkt gekommen bist, wo du dir diese Mauer um dich herum aufgebaut hast. Und da finde ich es immer wichtig, dass du dir auch erstens Zeit nimmst und Zeit auch gibst, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Natürlich wünschen wir uns, dass wir die Dynamitstange wünschen, die wir in diese Mauer reinschieben können, die explodiert und niemand trägt dabei Schaden, sondern das Ding ist weggesprengt. Aber die Realität zeigt doch, das ist es in der Regel nicht. Und da finde ich es nochmal wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, neben dem, was ich eben schon zu dem Thema Sicherheit in der Unsicherheit gesagt habe, ernsthaft nochmal wirklich zu gucken, was muss sich in deiner Beziehung wirklich verändern? Und da gibt es immer eigentlich Punkte. Ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht irgendetwas gibt, was sich verändern müsste. Also es gibt ja einen Grund dafür. Klar gibt es auch den Grund und das habe ich selbst erlebt. Ich habe ja nun selbst zwei langjährige Beziehungen mit 17 Jahren und mit 8 Jahren Dauer gehabt, wo irgendwann die Liebe zu Ende war. Ich bin mit beiden Frauen in Freundschaft verbunden. Also das heißt, wir haben es gut geschafft, da herauszukommen. Und ja, auch den Aspekt gibt es natürlich, dass eine Liebe, die partnerschaftliche Liebe wirklich zu Ende sein kann. Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, sondern wirklich nur diese Mauer da drumherum ist, das Ganze zugedeckelt ist, dann finde ich es halt auch wichtig zu schauen, okay, was muss sich hier eigentlich in der Beziehung verändern? Das wäre zum Beispiel übrigens auch etwas gewesen, was ich mir damals gewünscht hätte in meiner Beziehung, wo ich auch verheiratet war mit meiner Ex-Frau, also das Ganze, sowas damals an der Hand zu haben. Ich hatte es dummerweise nicht. Und das ist das, was ich dir zur Verfügung stellen möchte. Und da kann ich dir diese Checkliste, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse wirklich nur sehr ans Herz legen. Wie gesagt, es ist nicht nur euer Status Quo, sondern es hilft euch auch wirklich, die Punkte als Leitlinie an die Hand zu geben, dass ihr in echte, ernsthafte Veränderungen kommt. Weil das ist das, was es braucht. Was du noch tun kannst, ist, dass du offen und ehrlich anfängst, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber zu sprechen. Weil dann brauchst du vielleicht diesen Schutz nicht mehr so hoch zu fahren. Wenn ihr das schafft, frühzeitig das anzusprechen, kann das ein, Heilsbringer klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, mir fällt es aber genau nur so gerade ein, das sein, was Heilung bringen in eure Liebe. Also von daher, probiert genau das mal aus, um das offen und ehrlich anzusprechen. Nimm dein Herz in die Hand, fass allen Mut zusammen und dein Partner, deine Partnerin wird in Zweifel sowieso schon spüren, dass irgendwas sich verändert hat. Und so können auch die Zweifel bei deinem Partner, bei deiner Partnerin enden. Weil ihr seid ja ein System, was voneinander abhängt. Das, was du machst, hat Einfluss darauf, wie deine Partnerin, und dein Partner sich verhält, plus umgekehrt. Dem können wir uns nicht entziehen, ob wir nun wollen oder nicht. Also das, nochmal jetzt ganz konkrete Tipps. Was könnt ihr tun, wenn das Thema Mauern, Schutzmauern vom Herzen passt? Ich hoffe, dass es erstens, wenn du diese Folge siehst, deine Frage beantwortet. Ich weiß, deine Frage von der E-Mail ist ein bisschen länger her. Ich habe ja dieses Format jetzt erst neu gestartet. und das ist aber vielleicht auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal wirklich einen wichtigen Impuls gibt. Was kannst du da für deine Liebe tun, wenn so dieses Thema der Schutzmauern aufkommt? Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, wenn du auch eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest, dann schick mir doch, wenn du dieses Ganze als Podcast gerade hörst, gerne eine E-Mail an mail at olaf-schwantes.com Und wenn du das Ganze als Video siehst, dann stell doch bitte unter dem Video, wo du eine Frage zu hast, deine Frage im Kommentar. Und dann kann es sein, dass ich deine Frage in einer der nächsten Folgen vielleicht schon beantworte. Also, schreib mir gerne. Ich freue mich darauf. Und nochmal der Hinweis auf die Checkliste, lad dir das gerne runter. Und nun, wie immer, ganz viel Freude, ganz viel Liebe für dich und für euch, auf das ihr euch wieder im Herzen beruht. Dein Olaf Schwantes. Ciao.